Der Task Secret Compassion. Vergesst nicht eure Delivery Pakete aus dem Postfach mitzunehmen. Geht dann zur Landing Zone Charlie 2. Von dort aus ist gleich das erste Gebäude in der Nähe. Platziert das Paket in der Box neben der Tür. Geht von dort aus nach Norden um das nächste Haus zu finden. Im Osten findet ihr dann das letzte Haus. Von dort aus könnt ihr mit der Landing Zone Charlie 3 oder wieder mit der Landing Zone Charlie 2 zurück zur Base. War es in Grey Zone Warfare, euer Küni.